Das bist du in deinem Job. Oder bist du womöglich das? Vielleicht bist du auch jemand ganz anderes. Vielleicht kommst du von ganz weit her. Oder du lebst schon dein ganzes Leben hier. Du möchtest in Deutschland arbeiten? Oder sogar ein Unternehmen gründen? Nehmen wir einfach an, das bist du. Und du hast einen ausländischen Berufsabschluss. Um hier in Deutschland eine vergleichbare Arbeit zu finden, hilft es dir, wenn du dir deinen Berufsabschluss anerkennen lässt. Und hier kommen wir ins Spiel. Das Förderprogramm Integration durch Qualifizierung. Auf deinem Weg zur Anerkennung informieren und beraten wir dich. Und bei Bedarf qualifizieren wir dich auch. Doch warte. Wir unterstützen nicht nur dich, sondern auch dich und dich und dich. Wenn du bei der Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten mitwirkst. Dafür ist das, was du tust, wichtig. Und deine Aufgabe nicht leicht. Wir unterstützen dich mit Informationen, Beratungen und Qualifizierungen. Wenn du unsere Sprache für den Beruf lehrst. Wenn du berätst und Arbeit vermittelst. Und jeden Tag mit unterschiedlichsten Menschen und Biografien konfrontiert wirst. Oder du ein Unternehmen führst und nach Fachkräften suchst. Du fragst, wer wir sind? Wir sind ein Netzwerk. Bestehend aus unterschiedlichsten Akteuren und Partnern. National und regional. Und weil wir ständig im Austausch miteinander stehen, können wir Angebote zur Arbeitsmarktintegration sinnvoll miteinander verknüpfen. Und auf neue Herausforderungen schnell und flexibel reagieren. Mit einer konkreten Zielsetzung, dich zu unterstützen. Wer auch immer du sein magst. Wo immer du auch herkommst. Was immer du auch arbeitest. Informiere dich auf www.netzwerk-iq.de www.netzwerk-iq.de